Was ist dein Job? Ich verschiffe im Jahr 15.000 Container Rohmaterial weltweit. Ich habe richtig Bock auf Arme. Bringt mir Spaß. Mein Plus, meine Kunden vertrauen mir. Und was machst du? Ich informe meine Kollegen über die große Dinge, die wir hier machen. Und ich connecte unsere Arbeit durch Programme, Events und Trainings. Ich habe in der Warehouse gearbeitet, um zwei oder drei Kunden zu arbeiten. Und fast zehn Jahre später bin ich Teil des Global Innovations-Team. Wir helfen Menschen mit Produkten zu verändern. Ich helfe Führungskräften und Mitarbeitern tägliche Probleme abzustellen. Wenn ich eine gute Idee habe, Für Veränderungen ist es genug Vertrauen, um mich zu arbeiten zu lassen. Mein Boss vertraut mich komplett. Das motiviert mich jeden Tag. Mein Plus? Ich hole die richtigen Leute an Bord. Immer. Ich verschicke alles. Von einem Dreieinhalb-Tonnen-Roboter bis zur Weihnachtsdekoration. Bei Kühne und Nachhol. Jeder ist ein Nummer. Nummer eins. Also es macht sehr viel Spaß, weil man sich wirklich vielfältig austoben kann. Ja, man kann sich wirklich selbst verwirklichen. Mein Plus ist, dass ich immer cool bleibe. Wie unsere Fracht. Ihr Plus schafft unser Zukunft. Entdecke die vielfältigen Jobmöglichkeiten bei Kühne und Nagel. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Die Welt. ... Vielen Dank.